Wie viel Hassanat bekommt man, wenn man den Koran komplett durchliest? Wallahu ta'ala, ala wa'alaam, wir hatten das damals gerechnet, wenn ich mich nicht irre, 33 Millionen Hassanat. Wenn man den Koran einmal komplett durchliest für Allah, da freust du dich, ha? Na ja, fängst du heute gleich an, ciao.